hallo hier ist der festdichter und ich hoffe ihr könnt und du kannst mich verstehen trotzdem vielen autos hier vorbeifahren ich bin wieder mal unterwegs und ich habe mir etwas überlegt und zwar ich verkaufe ja zum beispiel meine festgedichte die begeistern auch als ebook so dass man das gut ausfüllen kann und ja nicht abschreiben muss aus den videos für relativ wenig geld und da ich viel unterwegs bin habe ich mir jetzt folgendes überlegt vielleicht kennt ihr das hier sanifair diese dinge kann man als gutscheine auf raststätten einlösen und wenn ihr mir so etwas schickt oder vielleicht auch was anderes schickt und in dieses paket brief päckchen was auch immer eure e mail adresse und euren namen hinein schreibt und diese telefonnummer damit ich einfach auch sicherheit habe und rücksprache halten kann ob das gewünscht ist wirklich dann würde ich euch ja mein ebook zu schicken ja über das hier freue ich mich im moment mal ganz besonders weil ich das eigentlich brauchen kann immer oder ja wenn etwas anderes einfällt was vielleicht eine gute idee ist oder ja dann schickt doch einfach mal was meine adresse blende ich hier ein und ich bin richtig gespannt was da so auf mich zukommt okay ich wünsche dir noch alles gut bis bald ciao